Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom GTA 5. Ich hoffe es geht euch soweit allen gut, ich bin endlich wieder hier auf YouTube und bin noch nicht tot, mich kriegt man so schnell nicht tot, auch wenn ich schon überlegt habe natürlich YouTube zu wechseln, weil, naja, ist auch egal. Hau auf jeden Fall rein, ich habe heute ein Live-Spiel des GTA 5 Spiel für euch, Gameplay oder wie man das auch immer nennen mag, nicht wahr? Und, äh, ja, mir geht es heute um YouTube und zwar sind YouTuber Stars. Nun ja, Stars, was ist, was ist ein Star? Ähm, viele YouTuber, ähm, haben in meinen Augen das Prädikat Star überhaupt nicht verdient. Warum nicht? Naja, das kann ich euch sagen. Viele deutsche YouTuber, wir bleiben jetzt mal bei der deutschen YouTube, äh, Szene, es ist einfach so, dass viele YouTuber enorm hochgepusht wurden. Ne? Das sogenannte Hochpusch-System, äh, läuft eigentlich wunderbar. Ne? Jeder stinknormale YouTuber, ne, wird irgendwann mal, äh, kann gepusht werden von anderen YouTubern. Von mittelgroßen YouTubern, unter großen YouTubern. Und dann fängt das sogenannte Abo, der Abo-Effekt an. Und diesen Abo-Effekt möchte ich euch heute mal erklären, bevor wir weitermachen. Abo-Effekt heißt nichts anderes, als man zum Beispiel als YouTuber, man fängt als kleiner YouTuber an und sagt, Hey, komm, wir pushen uns mal gegenseitig. Und dann fängt es an, dass man Abonnenten bekommt. So. Das heißt, wenn einer einen abonniert, kann der andere auf dem anderen Kanal sehen, wer mich abonniert hat. Dann macht man vielleicht noch so ein Abo-Abo-Box-Special, ne? Ich hab auch Leute mal in der Abo-Box, so ist es nicht, aber nur Leute, die ich gut finde. Auf jeden Fall gibt es viele YouTuber, die, äh, zu anderen Kanälen sagen, Hey, pack mich doch in die Abo-Box, ich pack dich auch in die Abo-Box. Und die Abo-Zahl von diesen YouTubern steigt. Und manchmal ist es so, dass diese kleinen YouTuber enorm viele Abonnenten bekommen. Dann melden sich die mittelgroßen YouTuber, die sagen, Hey, komm, lass uns auch mal in der Abo-Box verlinken oder lass uns auch mal so ein Special machen. Und dann kommen die großen YouTuber, die sagen, Hey, komm, lass uns doch auch mal, äh, lass uns doch auch mal verlinken, lass uns doch auch mal so ein paar Commentaries machen. Und zack, hast du deine 100.000, 150.000 Abonnenten. Das geht auf YouTube relativ schnell. So. Und, ja, dann bist du, bist du schon ein, äh, relativ großer YouTuber. Aber noch nicht so groß wie andere, aber man, äh, man verdient natürlich auch schon enorm viel Geld. Und ich meine viel Geld, ich kann es sagen, weil ich die, weil ich ja keine Ad-Sense mehr habe. Ähm, als wenn du 100.000 Abonnenten hast, äh, und regelmäßig Videos machst, dann hast du deine 2.000 bis 3.000 Euro netto locker. Nur mit der YouTube-Werbung. Kommen noch Amazon dazu und T-Shirt-Verkäufe, äh, legen wir bei ungefähr 4.000 bis 5.000 Euro netto bei 100.000 Abonnenten. Dann kommen noch Steuern dazu, ähm, dann liegen wir ungefähr bei so circa 2.000 Euro, die man dann verdient. Ja, es ist schon viel Geld, ähm, so viel verdiene ich nicht. Und, ja, natürlich ist das auch ein Traum von vielen YouTubern. Aber das ist jetzt, wir schweifen vom Thema ab. Äh, sind YouTuber-Stars? Nun ja, äh, ein Star hat etwas erreicht. Und da gibt es nur wenige auf YouTube, die wirklich was erreicht haben. Ähm, ich sag euch ganz klar, ein Marcel Scorpion hat nichts erreicht. Äh, ein, äh, Wiska Barker ebenfalls nicht. Ähm, das sind alles Leute, die hochgepusht wurden von anderen YouTubern. Äh, Bibi's Beauty Palace. Sorry. Auch kein Star. Der einzige Star, es gibt nur wenige Stars im YouTube-Bereich, wo ich sagen kann, das sind Stars. Und das ist für mich eindeutig Gronkh. Und das ist für mich eindeutig Saraza. Obwohl ich diese YouTuber überhaupt nicht schaue, Gronkh nervig finde und Saraza, äh, übertrieben perfekt finde. Äh, muss ich doch wirklich sagen, das sind für mich die einzigsten YouTube-Stars. Es gibt natürlich noch ein paar Sänger auf YouTube, das ist ganz klar. Ja, ich denke, ihr würdet, äh, ihr wisst schon wenig mal, ne? Dame, Dame ist für mich der beste Sänger auf YouTube, der überhaupt, auf YouTube überhaupt was macht. Dame, äh, Dame Stream Musik, ne? Der hat den berühmten V.O.W. Song gemacht, äh, äh, ganz, ganz berühmte Song. Dame einfach eingeben, Dame geschrieben und ihr wisst, äh, ihr wisst Bescheid. Äh, das haben wir noch gar nicht viele Leute getötet, können wir mal die Prostituierte. Äh, das sind für mich eigentlich wirkliche Stars auf YouTube. Ähm, sonst kommen noch die kleinen YouTuber, die wirklich, äh, das Ganze noch mit Herzblut machen, äh, äh, Ehrlichkeit ausstrahlen. Das sind für mich die wirklichen Stars, die wirklichen Helden auf YouTube. Man muss als Star keine 100.000 Abonnenten haben. Nein, es reicht doch, äh, eine kleine Abozahl zu haben, aber dafür einen unglaublich hohen Content. Und das haben diese großen YouTuber nicht. Das haben die wirklich nicht, wenn die in jedem Wort, äh, äh, die Wörter nur Homo erwähnen. Oder, äh, äh, spritzig oder, äh, äh, oder, keine Ahnung was für Wörter die nehmen. Das wird natürlich auch von der Jugend aufgenommen und die Jugend erzählt diese, diesen Satz nur Homo. Schon oft von meinen Abonnenten gehört, nur Homo. Das ist alles auch durch die YouTube-Szene entstanden, nur Homo. Äh, das ist aber, wenn man es genau nimmt, äh, äh, schwulenfeindlich. Enorm. Ne, diese YouTuber, äh, teilweise machen auch eine ganz, ganz, ganz schlimme Taktik, ne? Die, äh, die, die posten ihre Schuhe, zeigen, wie geil ihr Leben ist, ihre neuesten Monitore, ihr, ihr Lifestyle. Und die Jugend, Jugend findet das natürlich cool, ne? Die Jugend findet das cool. Dann noch ein paar coole Real-Life-Stories über irgendwelche Drogen. Und schon hat man noch das Vorbild der Jugend. Aber das ist kein Vorbild. Ein wirkliches Vorbild ist ein guter Schulabschluss, Ausbildung. Und, äh, ja. Das ist das Wichtige. Karriere machen, ne? So sieht das aus. Das ist das Leben. Und das versuche ich auch auf meinem Kanal wirklich auch den Leuten, äh, äh, zu vermitteln, ne? Dass erstens mal Ausbildung das Wichtigste ist. Äh, Schulbildung das Wichtigste ist. Weil ohne das endest du auf der Straße. Um es mal hart zu sagen als Penner. Das heißt übrigens Obdachloser. So, jetzt ist es so, äh, ja. So sehe ich das, ähm, mit, äh, YouTube und Stars. Äh, das was auf YouTube rumkreucht, das sind also in meinen Augen keine Stars. Wie seht ihr das? Findet ihr das wirklich, dass das Stars sind? Im Comedy-Bereich, äh, da müssen wir nur mal Leute wie ein Olaf Schubert nehmen. Ein Eckart von Hirschhausen oder, äh, oder, 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 oder ein Rüdiger Hoffmann. Äh, da kacken die YouTube-Comedy-Typen einfach ab. Flachwitz-Challenge. Das Challenge. Das Dings-Challenge. Blablabla Challenge. Was ist das? Leben wir hier in Amerika, oder was? Ne, ne, ne. Okay, das ist schon ein bisschen schade, aber schaue ich mir alles gar nicht an, obwohl mir das auf YouTube die ganze Zeit empfohlen wird. Empfohlen, empfohlen, empfohlen. Hier, der YouTuber wird empfohlen, das empfohlen. YouTuber, die ich überhaupt nicht schaue, werden mir empfohlen. Was ist das für ein Mist? Naja, ist auch egal. Ihr müsst wissen, in meinen Augen sind die kleinen YouTuber die großen Stars. Und das solltet ihr auch immer im Hinterkopf behalten. Die großen YouTuber, das sind in meinen Augen keine Stars, sondern die großen YouTuber. Die denken natürlich sich auch, boah, guck mal, ich habe eine halbe Million Abonnenten. Ich bin der Star, ich habe was erschaffen. Ich bin der Geilste. Aber diese YouTuber haben nur den Abo-Effekt genossen. Das heißt, einer abonniert einen, dann abonniert der andere den auch. Und irgendwann hat man seine 200.000 Abonnenten. Und bei 200.000 deutschen YouTube-Kanälen können die Leute sehen, ach, der hat den abonniert, der hat den abonniert. Und dann abonnieren immer mehr, immer mehr, immer mehr Leute den Kanal und dann bis so ein Abo-Effekt. Abo-Effekt, ne? Einer abonniert mich und dann abonniert der andere mich auch. Und dann geht es weiter bis ins Unendliche. Hier, Kronk zum Beispiel, der hat inzwischen auch drei Millionen Abonnenten. Und das hätte man als deutscher YouTuber, hätte man das niemals gedacht, dass ein deutscher YouTuber mal drei Millionen Abonnenten bekommt. Aber es ist passiert. Nun ja. Wie schon gesagt, wie steht ihr zu dieser ganzen Sache? Ich habe meine Meinung gesagt. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Grimmscom auf der Playstation 4. Ciao.